Hallo und herzlich willkommen bei Weinverstehen leicht gemacht, den Podcast für alle, die gerne mehr über Weine verarmeln. Mein Name ist Florian Bolt, ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, Dich heute bei der bereits zwölften Folge meines Podcasts Weinverstehen leicht gemacht begrüßen zu dürfen. Ja, unser heutiger Titel lautet ja Weißer und Roséport und ist damit auch der zweite Teil unserer Mini-Serie Weine für die Ewigkeit, in der es hauptsächlich um Süßweine gehen soll und die meisten davon sind ja durchaus langlebiger wie normale Stillweine und deswegen auch dieser Titel. Ja, ich möchte Euch auch gleich an der Stelle oder gleich am Anfang etwas vorwarnen. Die heutige Episode wird wieder etwas länger werden. Das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen habe ich eine Hörerfrage von Fabian erhalten aus Audio-Mitschnitt. Die werde ich jetzt auch gleich im Anschluss einspielen und dann eben auch etwas ausführlicher beantworten. Der zweite Grund ist, auch der Wein der Woche wird heute etwas ausführlicher besprochen werden wegen der Rebsorte, aus der er gemacht worden ist. Und zu guter Letzt werden wir heute auch die beiden Ports ein bisschen ausführlicher besprechen, weil sie ja schon ein bisschen was Besonderes aus der Weinwelt sind. Vorab aber noch zur Einleitung bzw. Hausmeisterei. Ich wollte Euch nochmal auf meinen Reisebericht nach Temekola in Süden Kaliforniens hinweisen. Wer vielleicht demnächst in den Sommerferien eine Urlaubsreise in die USA, an die Westküste macht und auf der Suche ist nach interessanten Weinbaugebieten, der wird auch zwischen L.A. und San Diego fündig, nämlich in Temekola. Dort war ich zu einem Tagesausflug ein bisschen unterwegs und habe mir ein paar Weingüter angeschaut. Ihr findet auch bei Instagram wie immer entsprechende Bilder von meiner kleinen Reise. Bei mir schaut es nämlich ehrlich aus. Ich bin jetzt auch vor kurzem erst aus den Sommerferien zurückgekommen. Ich war mit meiner Tochter und meiner Frau auf Sardinen für eine Woche und habe natürlich auch wieder die Chance genutzt, um mir vor Ort ein paar Weingüter anzusehen. Auch dazu wird es dann nach der Ausstrahlung dieser Folge noch einen Reisebericht in meinem Blog finden. Was ich euch noch nachreichen möchte in Bezug auf das Interview mit Axel vom letzten Mal, wo wir ja unter anderem auch die sogenannten Vintage-Ports besprochen haben. Es gibt nämlich für das Öffnen alter Weine und dazu zählen eben insbesondere auch die Vintage-Ports, die ja mit zu den langlebigsten Weinen überhaupt zählen, besondere Korkenzieher, um eben die Flasche nicht total zu verhunzen und letzten Endes dann den Wein zu beschädigen. Das erste ist der sogenannte Durant-Flaschenöffner oder Korkenzieher. Der hat zwei Klingen noch neben der Helix und damit lässt sich der Korken quasi auch lösen von der Glasoberfläche in einem Flaschenhals und damit ist es deutlich leichter, auch bereits poröse oder spröde Korken aus der Flasche hinauszuziehen. Auch dazu werdet ihr ein Bild auf meinem Instagram-Account Weinverstehen leicht gemacht finden. Der Korken ist eine Erfindung eines Amerikaners meines Wissens und ist patentiert entsprechend teuer. Ist er auch im Vergleich zu den meisten Korkenzieher, die ja gern aus Werbegeschenk daherkommen, aber sowas kann man sich durchaus anschaffen, wenn man auch eben mal normale ältere Weine öffnen möchte, deren Korken nicht mehr im allerbesten Zustand ist. Und die zweite Art, alten Port zu öffnen, ist die sogenannte Portweinzange. Die Portweinzange ist eine Zange, die letzten Endes erhitzt wird und dann um den Flaschenhals gelegt wird, sodass punktuell das Flaschenglas sehr stark erhitzt wird und durch ein Abschrecken mit kaltem Wasser entstehen so viele Spannungen in dem Glas, dass letzten Endes das Glas platzt und eine sehr saubere und geradlinige Bruchkante entsteht unterhalb des Korkens und damit die Flasche aufgeht oder geöffnet wird, ohne dass Korkverschmutzungen oder Glassplitter in die Flasche gelangen. Letzteres wäre trotzdem nicht allzu schlimm, weil so alte Ports natürlich, wie auch beim vorletzten Mal schon beantwortet, immer dekantiert und gefiltert werden. Gefiltert nicht immer, aber man kann die auch noch abseihen und damit würden auch dann zumindest größere Kork- und Glasreste herausgefiltert werden können. Die Portsange ist natürlich ein bisschen ein Show-Element auch und ist in der Tat nur sehr selten anzutreffen, weil natürlich die entsprechenden alten Portweine auch nicht die häufigsten Getränke sind, die in der Gastronomie oder auch zu Hause zu finden seien und noch dazu benötigt es auch etwas Erfahrung, die Kork-Wein-Zange dann richtig einzusetzen. Aber auch zu der Portwein-Zange findet ihr dann ein entsprechendes Bild noch auf meinem Instagram-Account. Dann kommen wir noch zu eurem Feedback und da freue ich mich sehr, dass das immer mehr wird und umfangreicher. Auch in den Download- und Hörerzahlen ist ja festzustellen, dass der Podcast langsam aber sicher auch Fahrt aufnimmt und eine immer größere Hörgemeinde findet, was mich sehr freut und vielen Dank für euer Interesse und euer Geduld. Und ich möchte ein paar Sachen noch vom Feedback aufgreifen. Zunächst einmal nochmal herzlichen Dank an den großzügigen Spender, weil mich hat nämlich heute zum ersten Mal eine Auphonic-Spende erreicht. Tausend Dank dafür, das freut mich und erleichtert mir die Arbeit auch ungemein. Ich freue mich auch weiterhin über Spenden, auch wenn ich mich jetzt dazu entschieden habe, auch aus Gründen der Arbeitsentlastung, um ehrlich zu sein, die Interviews in die normale Podcast-Frequenz oder Reihenfolge einzubauen und nicht zusätzlich zu machen, sonst würde mir das tatsächlich über den Kopf wachsen. Die Podcast-Arbeit für Interessierte unter euch, die vielleicht mit dem Gedankenspielen auch selber einen Podcast zu machen, für eine normale Standard-Sendung von circa 45 bis einer Stunde Spieldauer kann ich alles in allem ungefähr 8 bis 10 Stunden Arbeit ansetzen. Ich mache das ja auch sehr gerne und auch aus idealistischen Gründen. Aber on top noch die Interviews zu machen, das würde dann den Rahmen für mich auf jeden Fall sprengen. Auch an der Stelle habe ich mich jetzt nochmal entschieden, auch demnächst noch einen Patreon-Account abzuschließen und euch quasi das Spenden, wenn ihr denn möchtet, zu vereinfachen. Das ist ja der Standardweg, sage ich mal. Viele andere Podcasts gehen ja den ähnlichen Weg. Und ich freue mich einfach, wenn ihr mir ein bisschen unter die Arme greift. Es geht hier sicherlich nicht darum, sich da zu bereichern, weil die Auslagen und die Investitionen in das Equipment waren natürlich schon ziemlich umfangreich. Aber auch die laufenden Kosten durch die Weine und die Online-Gebühren würde mich natürlich sehr freuen, wenn der ein oder andere von euch sich da zu hinreißen lassen würde, mir ein bisschen unter die Arme zu greifen. Dann kam noch der Hinweis von einem Hörer, dass die Folgen teilweise ein bisschen zu lang sind beziehungsweise die Sondersendung der Messe ein bisschen langatmig zum Teil war. Da möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen, dass ja in jeder Episode sogenannte Kapitelmarken gesetzt sind. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch die benutzt oder welcher Player die letzten Endes unterstützt. Aber mithilfe der Kapitelmarken habe ich alle wesentlichen Elemente jeder Episode getrennt, sodass man auch dann einfach einzelne Passagen überspringen kann. So, dann würde ich sagen, hört euch die Hörerfrage von Fabian an und anschließend gibt es dann gleich die ausführliche Antwort. Hallo Florian, der Fabian hier. Rückbeziehend auf einen deiner letzten Podcasts, da hast du ja angeregt, wir sollen nicht mit Fragen zum Thema Wein bombardieren. Und weil ich gerade hier in Panama in der Pampa bin und keine Tastatur dabei habe, spreche ich dir jetzt einfach eine Audio-Message auf mit einer Frage. Wahrscheinlich ist es auch das erste Mal, dass einer deiner Podcasts in Panama gehört wurde. Und zwar die Frage, Oberbegriff Wein, der immer gleich schmeckt. Ist das überhaupt der Fall? Täuscht man sich da vielleicht selber? Wie wird sowas gemacht? Und welche Rückschlüsse kann man dabei auf die Qualität ziehen? Ich glaube, in der Champagner-Folge hast du ja schon mal darauf hingewiesen, dass es Champagner gibt, die gerne an den vorherigen Jahrgang angepasst werden. Da wird dann irgendwie eine Menge, ich glaube, es war ein Drittel oder sowas, des vorherigen Jahrgangs aufgehoben. Und dann wird der nächste Champagner daran angepasst. Auch da frage ich mich, wie das geht. Wird der da einfach beigeschüttet? Oder wie genau funktioniert das? Und ich hatte jetzt ein Gespräch mit einem Freund, konkret zum Montes-Alpha-Carmener, der mir gerade sehr gut gefällt. Und er meinte dann so ein bisschen betont abfällig, dass der ja zwar gut ist, aber ja irgendwie ein Industriewein. Und dass das ja kein Vergleich wäre mit, ich sage mal, deutschen Winzerweinen. Mir schmeckt der sehr gut. Und er schmeckt ja tatsächlich irgendwie jedes Jahr gleich. Und da gibt es ja auch noch viele andere Weine. Ich denke jetzt auch an den Dimas von Tein Pinotage zum Beispiel, den jeder Lufthansaer hat, kennt, der einfach immer gern genommen ist und eigentlich auch immer gleich schmeckt. Schmeckt der tatsächlich immer gleich? Oder ist einfach die Qualität dort so, dass der halt einfach so konstant gefällt? Oder wird da einfach doch irgendwas gemischt, gepanscht? In welcher Weise auch immer, natürlich oder mit irgendwelchen anderen Additiven? Und ja, wie kann man das fachlich qualitativ einordnen, wenn so ein Wein tatsächlich so abgestimmt wird, dass er immer ein konstantes Aroma hat? Ja, ich hoffe, ich konnte meine Frage auf den Punkt bringen. Ich hoffe, du kannst sie nachvollziehen und damit vielleicht was anfangen und ja vielleicht in irgendeine Folge mal einbringen. Vielen Dank, ich freue mich weiterhin an deinen Podcasts. Alles Gute und auf bald. Tschüss. Ja, zunächst mal vielen Dank an Fabian für seine interessante und tiefgreifende Frage, die eigentlich relativ viele Aspekte der Weinwelt oder der Weinerzeugung und was Wein so faszinierend macht, eigentlich abdeckt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er das so beabsichtigt hat, aber ich würde für die Beantwortung gerne ein bisschen weiter ausholen. Anfangen möchte ich mit der Umformulierung, weil was eigentlich hinter der Frage steht, ist ja, ob die Jahrgangslosigkeit oder Gleichmäßigkeit ein Qualitätskriterium für Wein sein kann oder ist. Zunächst mal muss man sagen, ist die Jahrgangsschwankung von Anbaugebiet zu Anbaugebiet sehr unterschiedlich. Es gibt Anbauzonen, wo das Wetter sehr stabil ist über Jahre hinweg und somit gelingen die Weine auch sehr ähnlich von Jahr zu Jahr. Und dann gibt es natürlich auch Anbaugebiete, vornehmlich die sogenannten Randzonen-Klimata, wie ich es schon mal an dieser Stelle erwähnt habe, wo definitionsgemäß natürlich die Jahrgangsschwankungen größer sind, weil das Wetter einfach wechselhafter ist. Darüber hinaus kommen auch noch die Weinstiele, wie es Fabian in seiner Frage ja hat anklingen lassen, die vorsätzlich keinen Jahrgang erkennen lassen möchten. Zum einen haben wir hier die Champagner, die Basischampagner, die ja den Stil des Champagnerhauses repräsentieren sollen. Ähnliches gilt für die Portweine. Die Einstiegsqualitäten sind ja explizit ohne Jahrgang ausgewiesen. Und auch beim Sherry zum Beispiel ist durch die Art und Weise der Produktion in dem Solera-System auch eine Vermischung von mehreren Jahrgängen vorhanden, sodass am Ende auch ein jahrgangsloser Wein erscheint und eigentlich das ganze System darauf ausgesetzt ist, eine gleichbleibende Qualität zu garantieren. An der Stelle kurz der Hinweis, Sherry wird ja auch am Ende unserer Miniserie Weine für die Ewigkeit dann explizit nochmal behandelt und ich werde dann auf das etwas komplizierte Solera-System dann nochmal genauer eingehen. Das ist also der Aspekt, dass auch Weine vorsätzlich jahrgangsfrei erzeugt und etikettiert werden. Darüber hinaus ist aber auch die Gleichmäßigkeit von Weinen eine Reaktion der Weinindustrie auf die Bedürfnisse der Konsumenten. Es gibt ja sogenannte Markenweine, die zunächst mal höherwertiger klingen, als sie tatsächlich sind. Man meint in diesem Zusammenhang eigentlich damit Weine, wo eine bestimmte Marke im Mittelpunkt steht und nicht die Herkunftsbezeichnung oder die Rebsorte. Prominentes Beispiel könnte es sein Yellowtail aus Australien. Den hat, glaube ich, jeder schon mal vielleicht im Lebensmitteleinzelhandel gesehen. Dort wird natürlich ganz groß industriell in unglaublichen Mengen nichts sagender und auch belangloser Wein hergestellt und die Konsumenten greifen ja auf den zurück, weil er ihnen ja möglicherweise geschmeckt hat. Das sei denen auch zugestanden, das möchte ich an der Stelle jetzt in dem Sinn gar nicht kritisieren. Aber es gibt einfach eine Konsumentenschicht, die enttäuscht wäre, wenn der Wein nicht genauso schmeckt wie beim letzten Mal. Ganz ausnehmen kann ich mich davon zum Beispiel auch nicht. Wenn man jetzt an Bier denkt, dann wird die Sache, denke ich, nachvollziehbarer. Ich trinke jetzt von mir aus gerne Augustina. Aus dem Grund, weil mir halt Augustina schmeckt und wenn dort jetzt eine genauso ausgeprägte Jahrgangsschwankung im Bier wäre wie im Wein, wüsste ich jetzt nicht, ob ich jetzt immer Augustina trinken würde. Ich trinke zwar auch nicht immer Augustina, ich bin da auch sehr probierfreudig, aber im Zweifel oder auf dem Oktoberfest gehe ich dann doch vorzugsweise ins Augustina. Der nächste Punkt ist die zwei Weine, die Fabian angesprochen hat. Zum einen den Montes Alpha Caminera. Wir hatten ja vor ein, zwei Ausgaben den Wein der Woche vom Selm Produzenten. Da war es aber der Syrah. Und Montes Alpha ist ja auch nur eine Marke, ein Hersteller von ganzen Konsortium an Herstellern und entsprechend groß sind die auch. Und man kann jetzt im Falle von Montes Alpha sicherlich nicht von handwerklicher Weinerzeugung sprechen, aber sie machen das natürlich auf anständigem Niveau. Das gelingt heutzutage aber auch jedem, weil die Kellertechnik und Hygiene hauptsächlich wegen den Australiern heute so fortgeschritten ist, dass es eigentlich verhältnismäßig einfach ist und nachhaltig und reproduzierbar gelingt, fehlerfreie Weine herzustellen. Nichtsdestotrotz, Montes Alpha ist sicherlich von sehr guter Qualität. Über alle Qualitätsstufen hinweg bieten die ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wie chilenischer Weine im Allgemeinen sowieso. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, habe jetzt hier noch keine Vertikale gemacht bei Montes Alpha Weine, ob die jetzt wirklich von Jahr zu Jahr gleich schmecken. Ich kann mir aber schon vorstellen, da das Wetter oder das Klima an der Stelle eher stabil ist und jedes Jahr zu guten Ernten führt, dass es auch nicht allzu schwer sein dürfte, Weine von gleicher Qualität und vielleicht sogar sehr ähnlichen Geschmack herzustellen. Der andere Wein, den Fabian angesprochen hat, war ja der Dimas Fontaine Pinotage. Der gilt jetzt für mich insofern ein bisschen als ein schlechtes Beispiel, weil Dimas Fontaine seinerzeit mit genau diesem Wein einen neuen Trend losgetreten hat, nämlich die sogenannten Chocolate und Mocca Pinotage. Das heißt, die haben im Keller versucht, den Geschmackseindruck von Kaffee oder Schokolade zu maximieren. Da sind dann andere Hersteller auch drauf gesprungen. insofern wirkt der Wein sehr aromaintensiv, sehr vordergründig, sehr kopflastig, fast schon parfümiert und mangelt aber dann an Komplexität und auch Länge. Ich gebe ihm aber recht, er kam in weiten Teilen in der Kollegschaft immer sehr gut an, weil er einfach ein leicht zu trinkender Wein ist, wo man nicht groß rum philosophieren muss und ehrlicherweise muss man auch gestehen, zu einem guten Steak im Grillhaus war das auch nicht die allerschlechteste Wahl, wenngleich selten die meinige. Bei Dimas Fontaine, wie man es daran schon merkt, wird der Geschmack natürlich designt, um entweder ein Alleinstellungsmerkmal zu kreieren oder auf einen Trend aufzuspringen und wenn ich das natürlich mache, habe ich auch im Hinterkopf, dass dort jeder Jahrgang möglichst in diese Richtung stechen soll, was natürlich automatisch wieder zu einer gewissen Gleichheit oder Ähnlichkeit von Jahr zu Jahr führt. Der nächste Punkt, den Fabian oder besser gesagt seinem Freund angesprochen hat, war die Betriebsgröße. Da muss ich zunächst mal sagen, die deutsche Perspektive oder die Perspektive auf den deutschsprachigen Weinbau, sprich Österreich, Südtirol, Schweiz, Elsass dazugenommen, ist im globalen Maßstab sicherlich kein guter Anhaltspunkt, um über Betriebsgrößen in Zusammenhang mit Qualität zu sprechen. Ich weiß es jetzt nicht auf die Zahl genau, allerdings würde ich sagen, ist der deutschsprachige Weinbaubereich sicherlich dadurch gekennzeichnet, dass die Betriebsgrößen im globalen Vergleich sehr, sehr gering ausfallen und dass mit diesen Betriebsgrößen in vielen Ecken der Welt Weinbau schlicht und einfach nicht wirtschaftlich darstellbar wäre. Deswegen würde ich auch nicht den Schritt gehen, die Qualität des Weines von der Betriebsgröße abhängig zu machen. Das geht mir zu weit und spricht letzten Endes auch eben für eine einseitige Betrachtung der Zusammenhänge beziehungsweise der Materie oder man fokussiert sich halt nur auf Weine aus deutschsprachigem Wein, was auch völlig okay ist, aber um so eine weit oben aufgehängte Frage wie von Fabian zu beantworten, greift mir der Aspekt zu kurz. Nichtsdestotrotz stimme ich aber zu, dass es grundsätzlich darauf ankommt, ob Weine handwerklich erzeugt werden, was natürlich tendenziell für eine eher kleinere Betriebsgröße spricht und nicht bei Yellowtail in Australien möglich ist und die handwerklich erzeugten Weine natürlich mehr Charakter haben, mehr Typizität für ihren Ursprung und ihre Rebsorte zeigen und natürlich in Summe pauschal gesprochen auch einen höheren Qualitätsanspruch haben und diesen in aller Regel dann auch erfüllen. Das war aber auch nicht immer so. Vor 30, 40 Jahren war es in Deutschland war der Trend zum hochqualitativen Wein noch nicht so ausgeprägt wie heute und da haben auch kleine Betriebe sehr mittelmäßige, um nicht zu sagen, nichtsagende Weine zu produzieren. Also eine Korrelation im Sinne von Kausalität sehe ich hier nicht. Tendenziell ist es aber so, dass handwerklich erzeugte Weine von höherer Qualität sind und allein schon wegen den nicht so technisierten Prozessen auch mehr Schwankungen im Wein drinnen haben und auch nicht so viel Weine zur Verfügung haben für die Küvetierung, um über die Jahre hinweg selbst bei klimatischen Schwankungen Weine zu erzeugen, die eben dem Vorjahr sehr ähnlich sind. Das heißt, am Ende des Tages ist für mich tatsächlich abhängig vom Weinstil eine gewisse Jahrgangsschwankung spannend, interessant, abwechslungsreich, man, es macht immer wieder aufs Neue Lust, die neuen Jahrgänge auch zu probieren. Im Falle, wie ich es in meinem Blogbeitrag zum Beispiel zu Santa Barbara geschrieben habe, ist es so, dass dort die Jahrgangsschwankungen zum Teil so hoch ausfallen, dass Weingüter, die sich in einem Jahrgang mit Spitzenqualität hervorgetan haben, im nächsten Jahr im besten Fall Mittelfeld sind. Also es kann auch ein Nachteil sein, dass man Jahrgangsschwankungen drin hat. Die Kunst ist für mich die Typizität eben nicht nur Rebsorten und Ursprung beziehungsweise lagenmäßig in die Flasche zu bringen, sondern vielleicht auch die dritte Komponente, das Klima oder das Wetter des Jahrgangs mit hinein zu nehmen, auch wieder zu spiegeln letzten Endes und dann in diesem Dreigestirn Rebsorte Boden Klima ein möglichst naturnahes Produkt zu erzeugen, was einzigartig ist, handwerklich ist, handwerklich hergestellt ist und einfach so mir persönlich die meiste Trinkfreude bereitet. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn es nicht Champagner, Port oder Sherry oder Vergleichbares ist, bin ich eigentlich immer wieder froh um Weine, wo Jahrgangsschwankungen vorkommen und ganz pauschal gesagt sind das dann die handwerklichen Weine und von Klimatat, die für bessere Qualität möglicherweise stehen und am letzten Endes in erster Näherung tatsächlich vielleicht für ein bisschen bessere Qualität, ganz pauschal gesprochen stehen und auf jeden Fall die interessantere Wahl sind. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu weit ausgeholt, aber wenn ihr zu diesem Komplex nochmal Fragen habt, schickt mir gerne ein Audio-File oder eine Message auf einem der Kanäle und dann können wir die Frage oder das Thema beim nächsten Mal nochmal tiefer angehen oder von der anderen Seite beleuchten. Die drei Key Facts dieser Episode sind erstens weißer Port wird aus ausschließlich weißen Trauben hergestellt. Zweiter Key Fact nur bei weißem Port wird zwischen fünf Süßegraden unterschieden und drittens Pink Ports werden wie normaler Roséwein nämlich im Sainé Verfahren hergestellt oder anderweitig nach spätestens zwei Tagen von den Traubenschalen getrennt. Da haben wir ja heute schon mit der Hörerfrage und den beiden Korken und den Rückblick auf meinen Trip in Kalifornien und Ausblick auf meinen Urlaubsbericht schon relativ viel Theorie besprochen haben und jetzt bei diesen zwei Weinen auch nicht wahnsinnig viel dazu kommt und das Wesentliche ist eigentlich auch schon mit den Key Facts zusammengefasst spare ich mir jetzt weitere Theorie und wir fangen jetzt an mit der Verkostung und zunächst mal wie immer noch ein paar Worte zur Vorbereitung Ich habe euch angekündigt die beiden Weine stellen für mich eine gewisse Besonderheit dar in dem Sinne dass sie ein gutes Aushängeschild dafür sind wie vielfältig die Weinwelt letzten Endes ist und wir jetzt quasi auch ein bisschen den Blick über den Tellerrand wagen und Richtung Barwesen oder Cocktail Herstellung schauen Für die heutige Verkostung würde ich bitten die beiden Weine in den Kühlschrank zu stellen und bei ca. 7 Grad zu verkosten Wer Lust hat kann sich noch Eiswürfel bereitstellen und auch wie in der letzten Folge angekündigt Tonic Water Die weiße Unterlage dürfte mittlerweile üblich sein für euch und für die Bestimmung der Farbe und heute dürft ihr dann auch einfach ein Glas ausreichen weil wir die Weine dann nur hintereinander verkosten Ja warum sind die beiden Weine was besonderes Weißer Portwein ist ja ein Traditionsprodukt hat aber auch Eingang schon seit ein paar Jahren in Bars gefunden als Hauptzutat für Cocktails Der weiße Portwein wird ja gerne für die oder er ist bekannt dafür dass man ihn für den sogenannten Port Tonic verwendet das heißt man macht keinen Gin Tonic verwendet nicht Gin sondern eben Port und mixt es quasi mit Tonic Water was mir geschmacklich eigentlich sehr sehr gut schmeckt und ein weiterer Vorteil ist dass unterm Strich der Cocktail ja insgesamt ein bisschen leichter ausfällt wegen dem nur halb so starken Alkoholgehalt wie beim Gin auch wenn man natürlich vom weißen Port dann Volumen anteilsmäßig ein bisschen weiter mehr verbraucht oder verwendet und das zweite ist dass der Pink Port zum einen ja wie gerade gesagt ein neues Produkt ist eine Evolution eine Modernisierung des Produktportfolios vom Durotal aber er ist auch schon ganz klar positioniert in Richtung Mixgetränken und Barbetrieb und ihr findet auch in den Shownotes ein Link auf die Seite von Croft wo der Hersteller auch eine ganze Reihe von Cocktail Rezepten anbietet weil der Wein natürlich pur trinkbar ist aber er ist einfach auch prädestiniert für die Cocktail Erzeugung und hat natürlich auch mit seiner Färbung einfach das Potenzial pinkfarbene Cocktails zu ermöglichen und damit greift er natürlich gerne den Trend auf Weine und Cocktails mit dieser Färbung zu ermöglichen so meine lieben Genussfreunde da bin ich wieder vom Kühlschrank zurück und habe mir alle weiteren Utensilien zusammengesucht und ja mir ist ganz schön heiß also mein Thermometer hier zeigt jetzt 29 Grad hier an in meiner Bude draußen läuft der Mähdrescher ich hoffe ich hoffe das kommt nicht allzu laut jetzt bei euch rüber und drücke euch die Daumen dass ihr die ja doch relativ kräftigen Portweine vielleicht in einem kühleren Ambiente trinken könnt was habe ich jetzt alles vor mir stehen ja zum einen natürlich den weißen und Pinkport eine Flasche Premium Indian Tonic Water einen kleinen Messbecher ein Cocktailglas so ein Caipirinha Glas mit Eis voll und mein normales Verkostungsglas noch zwei Zitronen Viertelchen und meine weiße Unterlage und ein Korkenzieher zur Not weil ich jetzt nicht genau weiß welche Korken mich jetzt hier erwarten wir starten mit dem weißen Port White Port von Seca Porto jahrgangslos und schauen uns zunächst mal die Flasche wieder an wie üblich auffällig ist zunächst mal wieder die Zoll Banderole am Flaschenhals das hatten wir ja bei dem Interview mit Axel erklärt bekommen es ist das offizielle Siegel vom Port Wein Institut damit ist es ein zugelassenes Produkt und ja das Etikett kommt an sich eher schlicht daher 20% Alkohol kann man lesen hinten ein bisschen bla bla hätte ich jetzt fast gesagt und eine Trinkanleitung am auffälligsten an der Flasche finde ich jetzt die Oberflächen Struktur das ist schon mal das erste Anzeichen für mich dass es sich um ein anderes Produkt beziehungsweise ein Produkt mit einer anderen Zielgruppe und wahrscheinlich auch Verkaufsmöglichkeit handelt sagen wir mal so weil die Flaschengestaltung die Glasgestaltung natürlich die Flasche hervorheben soll und damit natürlich die Leute verleiten soll anregen soll genau diesen White Port zu kaufen ist beim weißen Port nicht ganz unüblich dass dort die Flaschen ein bisschen anders ausfallen schaut euch einfach mal in Regalen um gefühlt würde ich sagen dass das ein oder andere Porthaus sich beim Weißwein bei der Flaschengestaltung ein bisschen größere Freiheitsgrade aus dem vermuteten Grund zusteht ich würde sagen wir öffnen die Flasche einfach mal wie gesagt ist jetzt frisch aus dem Kühlschrank weißer Port wird auf jeden Fall kühlschrank kalt serviert getrunken es hat wie immer die gerendelte alu kappe und wir brauchen kein werkzeug für diesen weil es ist dieser wieder verschließbare korken mit der plastikkappe der gerendelten dass man ihn auch wieder verschließen kann dann schenken wir uns eine probiermenge mal ein ok also von der farbe her fällt schon mal auf dass weiß beim Portwein nicht das gleiche weiß ist wie beim Stillwein die farbe würde ich jetzt als bernstein farben beschreiben mit fast schon kupferfarbenen Reflexen der Wein hat einen ja doch mehr oder weniger deutlichen weißen Rand und die Schlierenbildung ist natürlich wegen der zu erwartenden höheren Viskosität durch den hohen Zuckergehalt und den höheren Alkoholgehalt bei 20% ist er wie gesagt genau im Mittel für Portwein aber die hohe Viskosität der hohe Alkohol hohe Zuckergehalt begünstigt natürlich die Schlierenbildung was man auch schon gleich festgestellt hat beim Einschenken die Aromatik verströmt sich jetzt auch gleich in den Raum und kann es gar nicht erwarten aus dem Glas Wasser vorzutreten riechen wir mal rein ja also schön gelbfruchtig erinnert im ersten Moment vielleicht an eingedickte Aprikosen Marmelade Sirup und man merkt schon ein bisschen auch das ätherische das ist wieder vom Alkohol natürlich aber zunächst mal finde ich denke ich da an eingekochte Früchte keine tropischen eher was bei uns so angebaut wird wie gesagt Aprikose vielleicht ein bisschen Ananas ja Netz Melone Honig Melonik was Melone artig ist dann schwenkt das mal ja da kommt natürlich dann erstmal vor allem hier bei meiner Raumtemperatur von 30 Grad das ist ja fast die Hälfte schon des Siedepunktes von Alkohol ja da ändert sich jetzt von der Stilistik her in der Nase nichts wenn man schwenkt kommen fast schon rostbraune Reflexe dazu ja durchaus ansprechend also mich erinnert es an getrocknete Früchte so eingemachtes und sehr fruchtig ansprechend also ich habe immer Lust auf sowas dann probieren wir mal ja der Alkohol ist deutlich spürbar natürlich das fällt mir auch mir jetzt tatsächlich ein bisschen schwer das einzuschätzen weil ich selber hier ganz schön aböl und bei der Raumtemperatur ist es natürlich immer schwierig mit alkoholstarken Getränken nichtsdestotrotz würde ich sagen ist der Alkohol jetzt nicht so perfekt integriert wie wir es jetzt vielleicht bei den Torni hatten oder bei einem Vintage mit Axel also der ist schon eher auf der schmeckbaren Seite aber nicht unangenehm jetzt beim zweiten Schluck ist es auch eher nur noch im Abgang zu spüren und die Länge ist ein bisschen kurz vielleicht die Aromaintensität hat jetzt in der Nase einen Tick mehr versprochen der Körper kommt mir auch wieder überraschend elegant vor das muss ich sagen ist jetzt was nach drei Folgen Portwein bei mir hängen bleibt trotz der Wuchtigkeit des hohen Zuckers und Alkohols wirken die Weine überraschender Weise doch sehr elegant und kommen gar nicht mal so sperrig und wuchtig und ja erschlagen daher sondern ich finde im Mundgefühl zeugen sie doch schon von einer gewissen Leichtigkeit ist vielleicht zu viel gesagt aber man würde sie schwerer einschätzen also ich sage mal so wenn man vielleicht Kleider kaufen geht und denkt sich na brauche ich jetzt XXL schon oder so nee kommst noch mal mit L davon da ist man ja auch positiv überrascht genauso würde ich es jetzt hier auch sehen trotz der Hitze und des Raum klimatas finde ich jetzt den Wein nicht erschlagen von Geschmacksspektrum her ist es sehr typisch für einen weißen Port von der Qualitäts Anmaßung ja ich würde sagen gute Qualität das er ist sein Geld wert das ist jetzt einfach nichts herausragendes ist ein ganz solider gut gemachter Durchschnitts White Port und dabei würde ich es jetzt zunächst auch belassen dann würde ich sagen machen wir zunächst mal weiter mit dem Rosé Port bevor wir dann die Weinwelt Richtung Cocktailland verlassen so da bin ich wieder weiter geht es jetzt mit dem Rosé ich habe mal kurz auf Pause gedrückt bei der Aufnahme weil dieser monströse Mähdrescher hier immer näher kommt geht es weiter mit dem Pink Port schauen wir auch uns hier zunächst wieder die Flasche genauer an wie gesagt ich habe mich für das Original von Croft entschieden und zunächst mal die offiziellen Merkmale Zoll Banderole scheint auch hier eine gerendelte Plastikkappe zu sein und alkoholmäßig 19,5 also auch wieder ganz normal und von der Flaschenform her ja fällt es ja schon ein bisschen aus dem Rahmen mich erinnert die Form an einige Mineralwasser Hersteller St. Leon Harzquelle zum Beispiel hat so eine Form und auch ein deutscher Hersteller ich würde die Flaschenform als fast schon Schlegel Flasche beschreiben deutlich höher schlanker nicht so gedrungen und kurz wie jetzt eine normale Portweinflasche und ich würde sagen das ist schon der erste Hinweis darauf auf dem ganzen Produkt einen femininen Anstrich zu verleihen ich hatte es schon öfters angesprochen Rosé in allen Weinstilen oder Weinecken seit Jahren auf dem Vormarsch Idee war einfach neues Publikum zu generieren wie gesagt es ging los in Kalifornien mit dem Plasch Zinn die hatten eine einen sehr süßen schwachfarbigen Zinfandel abgefüllt mit hohem Restzucker und der hat seinen Zweck erfüllt er hat neue Kolferschichten erschlossen und ganz allgemein würde ich sagen ist gerade in der weiblichen Trinkkohorte pinke Weine sehr geschätzt und auch zu Feierlichkeiten gerade jetzt bei Rosé Champagner ja auch gern genommen oder lieber genommen als die farblosen Produkte aus dem gleichen Haus zum Beispiel das Etikett kommt auf jeden Fall sehr modern hervor wie gesagt das Ganze wurde zum ersten Mal 2008 gemacht hinten wird ein bisschen was erklärt ansonsten denke ich würde diese Flasche die Augen im Regal schon allein wegen der Farbe auf sich ziehen das glaube ich war auch einer der Hauptgründe und die Form wenn die jetzt in der Abteilung Portwein steht fällt ja sowieso auch auf ich bin jetzt auch selber sehr gespannt ich glaube ich habe selber noch nie Rosé farbenen Portwein getrunken auch hier braucht man kein Werkzeug zum öffnen es ist auch eine ganz normale Plastikkappe mit dem Korken und hat oben diesen etwas wulstigen Ausgießrand so dann schauen wir mal schenken wir uns mal einen guten Schluck ein auf dem Etikett steht ja noch sehe ich gerade Fresh Berry Flavors Pink and Fruity Stylish ja ich glaube genau dieses Marketing Konzept war vielleicht auch das wo sich viele Leute im Duotal erstmal anfreunden müssten oder nicht wollten aber mittelfristig doch wollten wie auch immer das geht schon alles sehr weit weg von dem traditionellen Art und Weise wie Portwein gemacht wird ja im Glas blasses zwiebelhaut farbene Erscheinung würde ich sagen ja es ist ein Touch Violett im Kern vielleicht ansonsten ist es Rubinrot finde ich jetzt auch ja vielleicht so ein so ein Kardinalsrot wird es vielleicht in den Reflexen treffen Pink würde ich jetzt also wenn ich die Farbe jetzt nicht mit Wein in Verbindung bringen müsste wüsste ich jetzt nicht ob ich die Farbe jetzt unbedingt Pink Farben nennen würde für mich ist es eigentlich ein blasses Rot mit leicht violetten Flexen Reflexen und eben warum man jetzt Pink genannt hat ist vielleicht eben aus dieser Trend aus diesem Trend heraus aber es ist im Prinzip ein blasses Rubinrot mit Kardinals roten Reflexen und das Ganze eben mit einer sehr hohen Transparenz die eben sich dann doch deutlich von der normalen roten Färbung die ja fast undurchdringlich in manchen Portweinen ist eben unterscheidet dann riechen wir mal rein in das Glas ja also Bären Arte kann ich auf jeden Fall unterstreichen es ist sehr Bären fruchtig gar nicht so unüblich wie der normale Rote der Alkohol tritt jetzt nicht so stark hervor auch wenn ich husten muss ja also die Bären stehen hier einfach im Vordergrund ja dann probieren wir mal ja auch hier wieder eine Trinkgeschwindigkeit ein Trinkfluss wie man ihn fast für normalen Wein vielleicht im Mund verspürt aber irgendwann kickt dann der Alkohol rein und man weiß hoppala vielleicht ein bisschen langsam reiten und es nicht wie einen normalen Wein behandeln sondern kleinere Schlücke kleinere Gläser ja im Mund auch bärig sehr süß kommt er mir vor ja ich meine die haben sowieso viel süßer aber der Zucker steht mehr im Mittelpunkt vielleicht liegt es daran dass die Säure vielleicht nicht ganz so hoch ausfällt ich würde sagen auch wieder Mittel Minus Körper Säure auch da keine Frage Zucker prägnanter der Abgang sogar ein bisschen länger wie jetzt beim Weißen für mich hat es jetzt fast mehr so ein Bären Likör ich also vom Geschmack her je mehr man davon trinkt jetzt sind wir natürlich alle geprimed weil wir wissen was im Glas ist aber der würde auch so aus Bären Likör aus Bayerischer Bären Likör von Brombeeren oder sowas durchgehen erinnere ich mich an einen Urlaub im Freion Grafenau im Bayerischen Wald da gab es so eine Likör Manufaktur würde man es vielleicht heute nennen die haben Liköre aus allen möglichen Früchten gemacht und die dann in so Tonfläschchen verkauft es war irgendwie so ein Déjà-vu jetzt und ich fand das Zeug damals schon lecker und hab dann da auch ein zwei Flaschen meine Eltern kaufen lassen da war ich aber eigentlich noch zu jung dafür aber wenn dann mal einer nicht zu Hause also ich finde ihn lecker likörartig bärig vielleicht ein bisschen Rosine bisschen bisschen Lakritz vielleicht ich glaube die Komplexität ist hier auch nicht das was im Mittelpunkt steht es ist die Farbe es sind die Bärnoten es ist die sehr deutliche Süße und ich hab's euch ja schon gesagt in den Shownotes findet ihr auch einen Link auf die Seite von Croft mit Cocktail Rezepten die als Basis diesen Croft Pink eben haben da sind auch sehr schöne Bildchen dabei und ja ich glaube aus Cocktail Basis ist es gut er wird vielleicht auch pur hier und da getrunken ich denke aber sein großer Auftritt ist einfach als Cocktail und dabei würde ich es jetzt auch belassen und als dritte Verkostung machen wir jetzt gleich nachdem ich mein Glas geputzt habe und wieder auf Pause kommt weil der Meter schön im Anmarsch ist machen wir uns jetzt zur Feier des herrlichen Sommertages ein Tonic Port das heißt das Indian Tonic Water kommt zum Einsatz und ein bisschen Eis ein bisschen Zitrone und wir hören uns gleich wieder wenn der Medrescher vorbei ist so dann verlassen wir jetzt die Weinwelt mit einem kleinen Cocktail Experiment wie angekündigt und ja ich habe es deswegen reingenommen weil das jetzt einfach ein sehr schönes Beispiel ist meiner Meinung nach wie vielfältig die Weinwelt eigentlich sein kann und dass es nicht nur Bubbly gibt oder normale Stillweine sondern die Bandbreite der angebotenen Weinstiele fast unermesslich ist möchte ich fast sagen und wir befinden uns jetzt hier sicherlich in einer kleinen Nische aber es zeigt eben auch dass wenn man manchmal sagen hört ich möchte keinen Wein trinken ja dass das im besten Fall eine Vereinfachung sein kann wo man mit ein bisschen Anstoß und dem Wecken der Experimentierfreude die Leute vielleicht zu einem unverhofften Genuss in einer Geschmacksecke bereiten kann wo sie nicht damit gerechnet haben lange Rede kurzer Sinn wir machen uns heute ein Port Tonic oder Tonic Port das kann man glaube ich machen wie man will ich habe einfach mal nach einem einfachen Rezept gegoogelt und da steht jetzt ein Glas wie überraschend eine Bio Limette 3CL Dry White Port 9CL Tonic Water das machen wir jetzt einfach mal ich habe hier schon die 3CL 3 Port abgemessen ich tue da noch gleich ein bisschen Eis rein ich habe mich übrigens für das Fifa Tree Tonic Water entschieden das ist so eine Marke die irgendwie ganz schön im Markt reindrückt ich finde die aber auch ganz gut ich weiß nicht ich bin ganz ehrlich immer nicht so ein Freund von diesen Coca Cola Marken Schweppes mag sicherlich auch schmecken und ganz ehrlich das Ginger Ale von Dene war das erste was ich getrunken habe und Tonic Water wahrscheinlich auch aber es gibt eben auch Alternativen und dieses Fifa Tree ist jetzt einfach glaube ich eine ganz gute Wahl dann messen wir mal das nochmal ab 9CL Tonic Water so ein Schuss mehr bei der Hitze macht auch nichts und kommt dann dazu ein bisschen Eis was ich mir klein gemacht habe jetzt hoffe ich ich verteile das nicht alles hier über meinen Schreibtisch das Eis kann ich auf jeden Fall jetzt gebrauchen na komm her schmilzt gleich gleich munter vor sich hin lassen wir es mal so und dann habe ich jetzt keine Limetten ich nehme jetzt einfach Bio Limetten selbst importiert aus Sardinien was sagt ihr dazu das muss doch lecker sein einfach so ein bisschen rein damit ein bisschen anquetschen ja das Ganze ist eine relativ gelbe Erscheinung bei mir im Glas jetzt ich glaube das ist auch der Grund warum die jetzt hier einfach Limetten nehmen damit das ein bisschen einen anderen Touch kriegt eine andere farbliche Note noch drin hat ja man kann auch vielleicht ein Minzblättchen rein machen irgendwas grünes auf jeden Fall schaut es schon mal sehr lecker aus mit entsprechender Portion Eis und dann riechen wir mal rein ja ich habe jetzt eigentlich kein Geruch mehr bisschen von dem Tonic ein bisschen von der Zitrone super ja ist jetzt schön leicht bei mir geworden schön kühl ich werde dann gleich nochmal vielleicht ein bisschen Pord nachgießen aber ich hatte diesen aperitif letztes jahr bei einer Verkostung bei mir hier im Haus angeboten als Starter als aperitif war es natürlich auch warm war auch im Juli und der kam einfach gut an ja das ist so eine Alternative zu Gin Tonic Port Tonic ist mal ein bisschen Abwechslung weiß Support gewinnt immer mehr Freunde und ich finde es ist einfach ein schön leichter erfrischender Sommer Trink schmeckt einfach herrlich frisch und es finde es einfach toll jetzt so ein Mix Getränk auf Wein Basis als Sommer Getränk anzubieten also es ist sicherlich eine total spritzige Alternative zu irgendwelchen säurebetonten langweiligen nichtssagenden Weißweinen oder auch was mir spontan einfällt vielleicht auch mal eine Alternative zu Aperol Spritz oder zum Hugo kann man sich einfach mal sowas bestellen ich würde das für heute dann belassen ich freue mich jetzt drauf mit meiner Frau zusammen noch die Reste aber natürlich nicht alles noch zu verzehren mache mir jetzt einen schönen lauen Sommerabend mit meinem Port Tonic auf der Terrasse und lasst mich einfach wissen wie ihr das fandet und ob ihr schon Erfahrung mit Port Mix Getränken habt oder wie euch die beiden Port Weine generell geschmeckt haben kommen wir schon zur dieswöchigen Buchempfehlung und zwar dachte ich mir ich greife einfach nochmal das von Axel erwähnte Buch auf und zwar Port and the Dural von Richard Mason ein englischsprachiges Buch wie gesagt und ist bei Amazon wie üblich zu erhalten als Taschenbuch und zwar kostet es 34 Euro 70 und ich denke auch das Buch ist durchaus zu empfehlen ist auch umfangreich ist liegt jetzt seit November letzten Jahres in der vierten Ausgabe vor und hat immerhin 416 Seiten und beleuchtet vielleicht das ganze Thema auch nochmal aus der englischen Perspektive vielleicht ja auch durchaus interessant weil die Engländer ja mit ihrem Markt letzten Endes zur Verbreitung und Popularität vom Brotwein Grundvoraussetzung waren würde ich sogar sagen ihr findet in den Shownotes wie immer den Amazon Affiliate Link den ihr nutzen könnt um mich eben bei der Podcast Produktion auch ein bisschen zu unterstützen Der Wein der Woche den ich euch heute präsentieren möchte ist der Damascener Stahl 2015 Hasennest gemacht aus Müller Thurgau Hasennest ist die Lagenbezeichnung der Hersteller ist das Weingut Stahl aus Auernhofen in Mittelfranken das ist nur ein Steinwurf von der Baden-Württembergischen bayerischen Grenze entfernt und eben noch gerade so Mittelfranken und damit auch deutlich südlich der meisten anderen fränkischen Weinbaugebiete oder Hersteller aus Unterfranken Stahl ja ist sicherlich ein sehr junges modernes Unternehmen und macht sich einen Namen durch seine Qualität unter anderem hat er seinen Namen aufgegriffen und seine Qualitäts Stufen nach Stahl Namen benannt deswegen kommt dieser Müller Thurgau als Damascener Stahl daher und wenn ich mich nicht täutsche ist es so seine mittlere oder obere Qualitäts Stufe und ich freue mich deswegen so sehr weil die Rebshorte Müller Thurgau eigentlich ja nicht den allerbesten Ruf hat aber ich möchte heute die Gelegenheit nutzen die Lanze für diese meiner Meinung nach unterschätzten Rebshorte zu brechen der Name Müller Thurgau kommt hat setzt sich zusammen aus dem Namen des Erfinders und den Ort wo er es erfunden hat und zwar ist die Kreuzung in der Schweiz in Thurgau entstanden und der Hersteller oder der Erfinder war Hermann Müller und das Ganze hat sich schon vor über 130 Jahren abgespielt nämlich 1882 wurde die Rebshorte erfunden und zum Teil wird sie auch als Rewana bezeichnet Rewana ist eigentlich oder Müller Thurgau besser gesagt bleiben wir mal bei dem Namen war ja berühmt berüchtigt dafür dass es eine Rebsorte ist die nur untere Qualitäten mindere Qualitäten aber das dafür in größerer Menge ermöglicht hat und hat deswegen auch nach dem Krieg eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg eine größere Rolle gespielt weil sie einfach auch die ja das Überleben der deutschen Weinbaus ermöglicht hat nicht zuletzt weil es einfach hohe Erträge bringt und wenn entsprechend bewässert wird und nicht Ertragsreduzierung betrieben wird auch kann es sein dass es sogar bis zu 150 Hektoliter pro Hektar sind was natürlich eine enorme Menge ist mit der keine höhere Qualität zu erzeugen ist aber das Schöne ist eben einige Hersteller nutzen die Rebsorte nach wie vor noch und sie schaffen es auch die Rebsorte zu einer sehr anständigen sehr guten Qualität zu bringen unter anderem eben der Stahl mit seinem damals 10er Hasennest 2015 der hat er jetzt auch schon vier Jahre auf dem Buckel aber er ist wirklich durchaus sehr gut gereift was ich jetzt der Rebsorte nicht unbedingt auch zugetraut hätte kommt mit mittlerem gelbgrün daher mit goldenen reflexen und die Nase ist einfach schon ungewöhnlich intensiv für diese Rebsorte die Säure ist nach wie vor sehr lebendig herben zupackenden Geschmack er hat immer noch eine ganz leichte würde mich vielleicht interessieren ob der Wein bei der Abfüllung auch ein bisschen imprägniert worden ist Limetten habe ich Steinfrucht vielleicht sogar ein bisschen Passionsfrucht in der Nase oben am Gaumen auch im Mund wiederholt sich noch die Intensität der Aromen es hat einen überraschend langen Abgang für diese Rebsorte und es macht einfach wahnsinnig Spaß diesen Wein zu trinken auch ohne Essensbegleitung ist es eine wahre Freude den damals Zehnerstahl 2015 Müller-Thurgau im Glas zu haben ich bin wahrscheinlich muss ich es mir eingestehen sogar insgeheim ein kleiner Müller-Thurgau-Fan mittlerweile Ihr findet auf meiner Blogseite auch einen Reisebericht aus dem Jahr 2014 Januar 2014 damit aus meiner Anfangszeit aus der Weinwelt noch und wir hatten dort kurz nach dem Jahreswechsel das Schloss Salem am Bodensee besucht und dort ist mir bereits 2014 der Müller-Thurgau von Lene als VDP Mitglied und als Ortswein deklariert sehr positiv aufgefallen und da war es für mich so ein bisschen der Startschuss dass es auch durchaus Müller-Thurgau geben kann die positiv mit ihrer Qualität überraschen da zählt zu Schloss Salem aber auch durch die Anpassungsfähigkeit beziehungsweise Eignung für ein bisschen kühleres Klima ist zum Beispiel auch Müller-Thurgau in dem kleinsten deutschen Weinanbaugebiet nämlich dem Regensburger Landwein vertreten dort gibt es auch ein paar Erzeuger die durchaus anständigen Müller-Thurgau machen hervorheben möchte ich aber natürlich noch den Feldmarschall vom Tiefenbrunner aus Südtirol und auch die Eisaktalerei aus dem Eisaktal nordöstlich von Bozen also der Tiefenbrunner Müller-Thurgau der Feldmarschall ist seines Zeichens wenn ich da richtig informiert bin auch die höchste Lage in Kontinentaleuropa der Müller-Thurgau wird über 1000 Meter über Meeresspiegel angebaut also sehr extrem und ist für mich einfach die Speerspitze oder das Ende der Fahnenstange was mit Müller-Thurgau zu erzielen ist ausgezeichnet die Qualität Intensität Komplexität man traut es wie gesagt Müller-Thurgau gar nicht zu allerdings liegt der preislich natürlich dann auch schon jenseits von 20 Euro und auch die Eisack Thaler Kellerei ist mit sehr anständiger Qualität aus Müller-Thurgau vertreten kurzum ich möchte euch wirklich dazu aufrufen auch Weine aus Rebsorten zu probieren von namhaften qualitätsorientierten Herstellern die ihr vielleicht noch nicht so auf dem Schirm habt und die vielleicht auch ein bisschen verrufen sind oder in Verruf kamen vor ein paar Jahrzehnten als zweites Beispiel vielleicht auch die Scheurebe macht euch mal auf dem Weg auf die Erkundungspfad und probiert einfach ein paar Rebsorten von namhaften Herstellern aus die vielleicht einen mittelmäßigen Ruf haben und ihr werdet sehen auch aus sogenannten mittelmäßigen Rebsorten lassen sich im Einzelfall sehr vorzügliche Weine bereiten und ich würde mich wie immer freuen von euch zu hören wie euch dieser Wein der Woche der Damascener Stahlmüller Thurgau 2015 geschmeckt hat So und die Weine für die nächste Episode mir bleiben in Portugal sind sogenannte Madeira Weine die fristen ja ein Nischendasein im besten Fall als Kochwein bekannt sind aber auch eigentlich normale Trinkweine und natürlich auch von der süßen Sorte deswegen auch in dieser Miniserie zu Hause aber sind bei uns eigentlich als Trinkweine relativ unbekannt die werden wir dann beim nächsten Mal besprechen ich werde einen trockenen und einen süßen Wein probieren und das ist eigentlich schon das Wesentliche ich habe mir jetzt zwei Flaschen besorgt von Justino Henriquez einmal Fine Dry 3 Years Old und einmal Fine Rich 3 Years Old und beim nächsten Mal gibt es dann eben ein bisschen Hintergrundinformationen wieder was es mit den Weinen auf sich hat und wir werden dann die beiden typischen Vertreter verkosten aber ihr könnt euch auch die Weine von jedem anderen Hersteller besorgen wichtig ist nur der eine trocken und der andere süß So dann sind wir mit der zwölften Episode schon wieder am Ende die ja wie angekündigt etwas länger ist wem es zu lang war hoffe ich ja macht Nutzen von den Kapitelmarken ich möchte mich nochmal bei Fabian für seine interessante Hörerfrage als Audio Mitschnitt sehr herzlich bedanken und würde mich über weitere Audio Zusendungen von euch freuen als Hörerfrage die brauche ich dann sehr gerne in die Folgen ein wir sind jetzt mit Portwein fertig wir starten jetzt wie gesagt gerade zu Madeira wir gehen raus auf den Atlantik und ich würde mich freuen wenn ihr Gefallen am Portwein gefunden habt und vielleicht noch die anderen Stile wie LBW Vintage und die gereiften Tornys mal selber ausprobiert und mir berichtet ob ihr euer Herz dann für Portwein wie ich zum Beispiel erwerben konntet ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören freue mich auf euer Feedback geschrieben aufgezeichnet Anruf wie auch immer und freue mich dann euch wieder in drei Wochen an dieser Stelle begrüßen zu treffen ich verbleibe wie immer mit aus München danke fürs Zuhören bis zum nächsten Mal tschau servus